Moin Moin! Herzlich Willkommen die Leute zu einer neuen Runde hier Little Big Workshop. Heute auf jeden Fall mit Big mit Workshop. Wir erstellen Schneemobile und Drohnen. Und da klingelt auch schon das Telefon. Ja. So, neuer Markt. Was gibt's denn? Also hier gibt's nix Neues. Das heißt nur Schneemobile sind tatsächlich bald schon wieder vom Markt. Aber da brauchen wir uns erstmal keine Sorgen machen. Bis dahin. So, er will Hoover Boards von uns haben. Eigentlich ziemlich leicht herzustellen, aber sind wahrscheinlich irgendwelche hochkomplizierten oder was. So, dann könnten wir direkt herstellen. Wie viele will er? Hast du jetzt 14 Stück? Würde ich aber sagen warten wir sonst kurz. Also wir haben jetzt hier die Drohnen und diese Schneemobile, die materialmäßig und arbeitstechnisch, wenn ich sagen, uns in die Grenzen bringen ist total übertrieben. Aber zumindest haben wir was zu tun. Hauptsächlich aber die schmelzen, ne? Die sind bisschen überblastet, geht eigentlich auch. Müssen wir einfach noch ein bisschen besser aufteilen hier wieder das Ganze. Ganz von uns sind ja alles ziemlich zügig. Ist auch noch ein bisschen mehr zu tun. Was kosten dann so Grundstücke? Ne, warte. Das sind große Stücke, ne? Oder was? 10.000. 21.000. Was steht hier von 10.000? So, man sieht es ja auch, was wir tatsächlich kaufen könnten. 21.000. Also dieses Stück würde mich eigentlich nur interessieren, um weitere Ladezonen auch demnächst mal zu haben. Nehmen wir den ganzen, genau. Bis vor dem Tisch und dann gehört dieses Stück uns. Dann können wir auf jeden Fall hier bald auch noch eine Laderampe machen. Hier einen Eingang, dann kommen wir mit Waren auch hier durch. Hier vielleicht noch irgendein, oder wir machen noch ein weiteres Eingangslager. Hier mit Durchgang vom Pausenraum. Das macht auf jeden Fall Sinn. So, dann machen wir die Zeit wieder ein bisschen schneller, damit wir ein bisschen vorankommen. Dann können wir immer noch überlegen, ob wir diese Mission annehmen. Ähm, wir waren mit dem noch auch schon so ein bisschen, hier ne, virtueller. 13.500 haben wir. Wie viel würde der Auftrag bringen? Nur 11.000 Ruf. Und drei Tage Frist. Also wenn wir den auf Priorität stellen und durchjagen, dürfte der ganz, ganz schnell fertig sein. Das ist immer noch ein Sterneauftrag. 43.000 und 25 Grills. Ist tatsächlich auch machbar. Oh, ist ein paar neue, aber auch ein paar böse Geschichten drin. Wo man einfach sagt, ich mein, klar, für diese Dinger ist der jetzt auch eine Aufgabe für uns. Achso, das ist der. Ein 1 erst bei 72.900. Ja, also das werden wir safe nicht mehr so weit spielen, die Leute. Aber ich habe wieder Lust auf ein paar andere Spiele. Mittlerweile, glaube ich, auch. Wahrscheinlich schon das eine andere Mann vor Mittagsblieben gesehen. Und mal gucken, was sich dann nachher wieder regelmäßig als Let's Play bringen werde. Aber ich möchte auf jeden Fall noch die letzte Stufe mal sehen. Gucken, wie da die Aufgaben sind. Ich werde aber mir nicht mehr als Ziel setzen. Ich sage mal hier bei den ganzen Kollegen den Bekanntheitsruf gerade hier überall auf Level 5 auf. Also überall auf Level 5 bekommen. Das finde ich tut nicht Not. Aber Preis fällt bald. Liefern wir schon mal ein paar. Ja, komm, wir ziehen jetzt einfach mal kurz durch, bis die Produkte fertig sind. Kaffee geht gerade noch. Das teilt sich jetzt ja auch auf. Wölf Flamingos für 7400. Nö, danke. Das ist das. Wozu? Geldtechnisch brauchen wir es nicht. Wir können natürlich hier ein riesengroßes Stück, ne? 35x17, was auch immer. Wo wir wirklich Fabrik nochmal diesen ganzen Teil sozusagen nochmal anbauen können. Die sind große Produktionsschienen. Macht natürlich auch irgendwann Sinn, ne? Dass man sowas aufbaut, wenn man Lust und Mauern dazu hat. Also sprich irgendwie erst im Bereich Sägen, Montagen, dann wieder irgendwie anders und hier Entfertigung, Endlager und so weiter und so fort. Weil bei uns sind ja immer noch die Wege auch so ein kleines Problem, ne? Die Leute laufen teilweise sehr, sehr weit, um Ware nach A und nach B zu bringen. Wir haben das schon ein bisschen besser gesteuert in den letzten Folgen. Ja, ist eigentlich auch schon ein paar Folgen mehr her. Wir haben aber auch derzeit relativ viele Leute, die irgendwie nichts tun, ne? Das ist alles, glaube ich, robotertechnisch abhängig. Also ich würde den Auftrag einfach mal annehmen, damit wir da noch ein bisschen was tun. Und den machen wir natürlich zur Hauptpriorität. 55 Rollen. Teilen wir mal auf. 56, das passt nicht. Aber hier ist nichts mehr, hier ist nichts mehr. Da ist auch nichts mehr, das ist perfekt für die Schmelzen, ne? Dann können wir die nämlich tatsächlich auch noch halbieren. So, können wir da auch noch welche mit reingeben. Dann haben wir das schon mal richtig schön aufgeteilt. Müssen wir nochmal hier oben gucken. Sitz und Bretter. Irgendwo ist gelandet. Ne, hier ist nichts gelandet bei den ganzen. Irgendwo sägen. Auch nicht. Was müssen wir denn überhaupt für den Auftrag noch? Das dauert natürlich ein bisschen, ne? Von wegen jetzt nicht gleich in Panik verfallen, dass es hier rot angezeigt wird gerade. Ich denke, das sollten wir gleich. Also drei Tage ist tatsächlich nicht so viel Zeit. Können wir natürlich auch kurz auf overpowern. Wir werden nochmal gucken, wo die ganze Montage dafür stattfindet. Die hinteren haben beide nichts zu tun. Wir werden tatsächlich die Rollen, die fehlen. Also das, das werden die aber durchziehen. Ich denke, das wird relativ schnell funktionieren. Ich glaube, die auch an drei Positionen herstellen dürfen. Die dürfen eigentlich relativ schnell fertig werden. Ja, ganz knapp im grünen Bereich. Komischen Drohnen. Oh, die Arbeiter sind schon gut. Und jetzt? So gut, der holt die Drohne ab. Jetzt muss der eine ziemlich lange warten. Ich hoffe, dass da was passieren kann. Ein weiterer Leiterbuch kostet drei Forschung und Entwicklungspunkte. Das ist schon durch, wollte ich gerade sagen. Wie viel brauchen wir noch? Drei Stück. Meiner ist fertig. Also die Schneemobile brauchen wir gar nicht mehr. Können wir den einmal schnell fertig machen. Wenn nämlich die drei Stück, die ich noch brüchte. Schmolzen ist ja alles. Dann sagen wir hier noch so weit voraus sind. Und das Problem ist ja eh nur hier. Wenn wir nicht richtig vorankommen, hilft ja alles an und nix. Jetzt geben wir da noch fünf. Dann würde ich davon vielleicht noch mal die Hälfte wegnehmen. Man kann sagen, es würde sich alles wegen, wo es brennt. Aber ich glaube, es waren einfach nur komische Geräusche. Ja, jetzt zieht er immer noch davon. 50 Prozent, also doppelt der Zeit voraus. Die ziehen durch hier ist. Das läuft richtig schnell. Ja, es fängt ein bisschen zurück hier. Drei Stück bitte noch. Ja, also dann können wir auch zwei noch schnell fertig machen. Wie sieht es aus? Ich glaube, das ist gerade eine fertig. Ja, dann lass uns das doch machen. Dann kriegen wir, glaube ich, auf jeden Fall noch mal einen dicken Boost. Vielleicht an Forschungspunkten oder was auch immer. Dann können wir drei Produkte noch mal liefern. Wo, was fehlt jetzt noch? Und der hier fehlt noch, ne? Immer weite Wege von hier. Wir arbeiten nicht richtig. Liebe Leute, jetzt Zeit für einen neuen Meilenstein. Wie hoher Bauts haben wir auch gleich fertig. Dann sind wir die Schneemobile auch schnell durch. Ja, dann können wir mal gucken, was jetzt tatsächlich noch mal Ziele der letzten Stufe sind. Und Meilenstein geschafft. Acht Forschungs- und Entwicklungspunkte. Das können wir gebrauchen. Also eine Ladebucht, hatten wir gesagt. Eine bessere Plastikproduktion. Und eine bessere Holzproduktion. Wir haben eigentlich mal ordentlich Steam-Errungenschaften freigeschaltet. Keine Punkte mehr. So, haben wir tatsächlich noch mehr Auswahl gekriegt. Fortgeschrittene Kreissäge. Cool. 200% die sägt ja richtig fast. Fortgeschrittene Spritzgießmaschine. Plastik-Irgendwas-Maschine. Noch mehr Eko-Gegenstände. Die zeigt, wie gut du mit Metall umgehen kannst. Statistiken für Arbeitsplatz. Was? Feen. Das ist zu helfen, aber muss man auch nicht haben, glaube ich. Da würde man sinnlos Geld ausgeben. Außer wir haben es leider nichts Neues dazugekommen. Und hier in den Basics wohl auch nicht. Aber so eine große Kreissäge ist auch schon cool. Da ist also gar nicht mal wirklich mehr Platz weg als die kleine. Aber der wird viel schneller. Statt 100, 200. Das war höher, aber immer die alte. Und schon ist jetzt eine neue hin. Kostet natürlich auch ein bisschen mehr. Genau, deswegen wollte ich auch eine neue Ladebucht kaufen. Und wollte hier noch Türen setzen. So. Das ist krass und komisch. Sorry. So, den Markt. Den Auftrag werden wir gleich erfüllt haben. Damit haben wir auch noch neue Sachen freigeschaltet. Oh. Wird das gleich riesig? Oder was ist da los? Geht sogar noch. Bringt aber nicht so richtig viel. Aber es ist eine sehr holzlastige Produktion. Aber war ein super schlechter Preis, ne? Ich habe Bock, die neue Kreissäge denn demnächst auch in Action zu sehen. Und was haben wir jetzt noch für Meilensteine? Also liefere insgesamt 800 Produkte eines beliebigen Typs und einer beliebigen Schwierigkeit. Also 800 Produkte verkaufen. Stieße die ultimative Herausforderung für mindestens zwei verschiedene Kunden ab. Okay. Erreiche ein höheres Eigenkapital und einen höheren durchschnittlichen Umsatz als R2 in GbH. Haben wir ja eigentlich. Wie viel pro Stunde ist schlechter? Durchschnittliches Einkommen? Ach, Eigenkapital. EK. Ja, okay. Daran können wir arbeiten. Das sind, finde ich, Ziele, wo ich sage, doch. Das kann ich mir gut vorstellen, dass wir das noch angehen. Auf jeden Fall. Ja, das lohnt sich. Wir werden halt gucken, was wir machen können. Wir können, das hier ist ein Spezialauftrag. Ich denke, wenn wir gleich die Hoover-Dinger da durch haben. Ist hier noch irgendwo, sind die alle fertig oder müssen wir nochmal umrüsten? Wir können schon mal wieder alles reparieren. Die Grills. Ja, das können wir auch schon reparieren. Da wird nie noch irgendetwas passieren. Das können wir auch, aber die brauchen wir vielleicht nicht. Aber 800 auftreten, das ist auch nicht schlecht. Nicht mehr. 50 Einheiten. Wenn er nur Hoover-Boards haben will, das ist natürlich easy hergestellt. Und die Montage läuft jetzt auch ziemlich schnell. Alles andere ist repariert. Das ist echt gut. Dann müssen wir einfach mehr Geld verdienen, ne? Die Säge, glaube ich. Die würden wir auf jeden Fall mal nutzen, hier. Fortgeschrittene Kreissäge. Schöne Projekte. Wir werden uns ein bisschen drauf gucken, wo sind wirklich... Also wir können so ein bisschen diese Dinger hier machen. Das bringt uns aber nichts von einem freien Markt. Die freien Markt müssen wir auch machen. Und wir können jetzt sogar fast gleich beides geben. Hier ist eine neue Ladebucht. Alpha und Beta. Na, wir sind zuerst fertig. So, hier noch was reparieren. Jo, die Schneemobile, weg damit. Oh, die bringt gutes Geld. Ich zähle das erst, wenn sie abgeholt sind. Oder müssen das Missionsdinger sein hier. Und hier gleich 5 stehen, oder? Na, 0. Gut, es sind tatsächlich noch 0%. 1% wären 8, ne? Wir haben nur 5 Produkte abgegeben. So, was bremst? Bremst ja auch noch 3. Die letzten Rollen fehlen. Also. Also, liebe Leute. Also, dann wollen wir mal gucken. Dass wir uns auf irgendwelche Produkte spezialisieren. In Menge, ne? Masse. Wir müssen auf jeden Fall einmal diesen Auftrag nehmen. Gucken, ob wir das jetzt schaffen können. Was fehlt uns denn? Wir haben hier noch noch Grünes fehlt. Kriegen wir das hier wahrscheinlich nicht hin mit dem doch das mit dem ne, auch noch nicht ganz. Das ist halt das kriegen wir noch nicht hergestellt. schon über das Höste genommen. Das wird auch nicht funktionieren. Wir haben von dieser Presse dann wahrscheinlich hier ein zu wenig. das ist nicht der richtige Grille, glaube ich, nicht der Auftragsgrill, oder? So wird es schon gehen. Neue Kreissäge. Neue Kreissäge. Nehmen wir gleich zwei. Das können wir perfekt aufteilen. Detail schneiden tun wir mittlerweile hier. Stanzen tun wir hier. Ich würde sagen, auf geht's. So, das können wir aufteilen. Das sägen können wir sehr gut aufteilen. Wenn ich also was zu tun, das freut die Leute doch. Die beiden können wir auch noch aufteilen. Nur damit die Säge zum Beispiel auch noch was zu tun hat und wir einfach mal richtig krass vorpreschen und diesen Auftrag innerhalb eines Tages erledigen können. Gleich kommt Ware. 2% 16 Stück haben wir geschafft, also das zählt scheinbar beides. Da hätte ich sagen wir mal um 800 pro, das ist interessant. Videospiel. Ich weiß nicht, wie ein einfaches Produkt ist. Muss ein bisschen was geschmolzen werden. Bisschen Stabilität muss noch reinkommen in die ganze Geschichte. Das stimmt aber irgendwas nicht. Sieben ist neu, dann müssen wir nochmal hier fast wahrscheinlich nehmen. Hätten wir noch 1 bis 2, 4 bis 5, 6 bis 7. Muss man den schon nehmen. Das können wir ja mal eine andere Farbe nehmen, oder? Für die Videospiele nehmen wir mal den hier. Die Dinger haben ja beide nichts zu tun. So, perfekt. Wir gehen auf diese Montage, weil die haben auch gerade nichts zu tun. Sorry, mal wieder. So, machen wir erstmal 10 Stück von Anfang, oder? Die sind in dieser Ecke dann beschäftigt, die anderen sind in der Ecke beschäftigt mit den Geräts. Natürlich können wir den auch noch overpowern. Da muss aber natürlich auch erstmal das ganze Material jetzt geliefert werden, ist klar. Leider haben die oben die Ladebuch genutzt. Aber dann gucken wir uns in der nächsten Folge an. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss! bei mir einmal namens! Helena, hier! tragisch. voran weh? wenn es durch thi Gas Vielen Dank.